Yo, yo, yo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute spielen wir mal auf der Dropzone Front, ja. Und mal gucken, also immer noch am Aufnahmetag von der 49. Folge, wahrscheinlich bin ich mittlerweile beinahe an die Folge 50. Ich kann, hab nicht mehr mitgezählt und wenn es jetzt genau die Folge 50 wäre, super, dann habe ich doch, geht das Let's Play doch schon ziemlich lange über 50 Folgen. Eigentlich hatte ich gesagt, 50, das war's, aber es wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen, ja, weil einfach das Bedürfnis, sag ich mal, noch da ist, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, eventuell ist es dann auch irgendwann vorbei. Es kommt drauf an, ob ihr noch Lust habt oder nicht. Bin ich, was? Ich dachte gerade, ich bin Shadow Trooper, das sah übertrieben so aus und CA 87 ist auch mal sowas. Ich bin wieder der Erste, der down geht. Bin ich so lappen? Bin ich denn so lappen? Hab natürlich noch ein Assist gekriegt, weil ganz ohne irgendwas gehe ich ja hier auch nicht aus der Area raus. Übernehmen, okay. Okay, das ist... Ja, wieder ein Assist. Ein nerviger Assist. Ich sehe gar keine. Ah Mist, ich habe ihn auch nicht getroffen. Ah Mist, aber den habe ich doch zumindest noch weggeholt. Aber wie sie da in den Büschen gammeln. Och komm, das ist auch lächerlich. Ernsthaft? Ernsthaft? So ein Lappen. Ich hasse die... Manchmal hasse ich auch das Körperschild. Die Rettungskapsel gehört jetzt dem Imperium. Gut. 5-0, das ist ein Player. Unsere Scanner haben noch eine Rettungskapsel geortet. Wir nehmen die Rettungskapsel in Besitz. Das ist gut, das muss auch so sein. Hier werden welche rumkommen und ich kriege... Ernsthaft? Ich kriege echt zwei Assists. Lächerlich. Hallo? Scheiß DL44. Ganz ehrlich. Der ist nicht besser, aber er ist einfach OP. Er ist aber 1-4, ganz ehrlich. So viele Assists. Oh Mann! Lappen. Endlich. Endlich, Leute. So, natürlich hochverdient. Unser Pfeilsender überträgt die Position einer weiteren Rettungskapsel. Sicher sie für das Imperium. Natürlich für das Imperium. Volle Konzentration. Rebellaktivität. Ja, okay. Das war... Ist er mir aber auch in die Flinte gelatscht. Das ist natürlich... ...dann auch leicht. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Schlechte Serververbindung. Watt? Kann nicht sein. Ja, jetzt kommen die Kills aber auch. Ich sehe gar keine Rebellen, muss ich zugeben. Was? Ja, Lappen. Ist er down gegangen. Und Punkte kommen jetzt hier. Ja, wir kommen noch rechtzeitig weg. Der ist gut. Der ist sehr, sehr gut. Und ich konnte den zu wenig erkennen. War zu sehr mit dem Orbitalangriff noch beschäftigt. Als dass ich ihm letztendlich den Chaos machen hätte können. Ja. Wo ist er? Da. Machen wir. Das ist... ...wohl gerne die Rebellanten-Kapsel. Ah, ha, 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 Tom, Legende. Konnte sich wohl nicht so legendieren, sondern musste die Niederlage einstecken. Ja, gut. Das ist der. Ja, ja, dieser Scheißer! Wie mich der aufregt! Im Ernst, der geht nur auf Körperschild und macht nur OP-Sachen. Ich meine, eventuell ich auch, das will ich gar nicht abstreiten. Oh, da war einer. Da war einer, der mich hoffentlich nicht gesehen hat. Hat er wohl nicht. Hat mich nicht gesehen. Aber dann kommt der Lacker schlechthin und sagt, nö. Wie eine Intelligente. So, und wenn jetzt der Lacker kommt. Rang 41. Wie? Ich weiß es nicht. Aber er reicht. Es war nicht der Lacker. Der Lacker ist down gegangen. Wat? Wir haben die Rettungskapsel sichergestellt. Bum, 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 bum. Ja, Lucky Punch. Richtig, aber so richtig Lack. Schon wieder Lack. Kartenerneuerung. Wie sie mir aber auch vor die Flinte latschen. Es ist irgendwie... Ist irgendwie hart. Das ist der Typ, das ist er. Dieser Scheißer. Und er geht direkt wieder auf Körperschild. Weil ihm echt nichts besseres einfällt. Bum, 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 bum. Ja, okay. Dann gehe ich down 17 Kills. Und das ist krass. Das ist krass. Das geht natürlich tausendmal besser. Aber ist es schon recht gut. Dafür, dass wir hier noch genügend Zeit haben. Nicht mehr lange, dann ist die Rettungskapsel in der Hand der Rebellen-Allianz. Ja, da sind welche. Sind Rebellanten. Noch mehr Rebell... Was? Dieser Typ hat so einen Lack. Der ist so schlecht, ne? Das muss man sich geben. Ich hätte ihn eigentlich locker gehabt. Aber nee. 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 Okay. Krass. Aber der Lacker hat Glück gehabt. Und das wirklich. Hat er echt Glück gehabt. Er hätte auch dafür einmal mehr down gehen können. Und dann hätte ich den Kill. Dann hätte er ein wenig... Hätte er nicht einen weniger. Aber er hätte auf jeden Fall dann einen down mehr. Und so. Aber ich glaube, er ist nicht Renner und wir sind Renner. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.